Liebe Leute, hallo und jetzt willkommen bei einer neuen Folge von Pizmeat kocht. Pizmeat kocht! Und nicht vergessen, auf Pizmeat.de könnt ihr Snob werden, weil nur Snobbs essen Kaviar. Das teuerste Gericht, was ich jemals zubereitet habe. Kartoffeltörtchen mit Kaviar. Und das kostet 60 Euro. Ich glaube, so eine ganze Palette davon, ist reich. Und das Rezept klingt sogar relativ einfach, aber erstmal kommen wir zu den Zutaten, die wir benötigen heute. Zwei kleine Kartoffeln, Bio-Limette, Sahne, Creme Fraiche, Butter, Schnittlauch und Kaviar. Ja, ist schon wieder eine Woche her, ja, gibt's schon wieder Kaviar, ist so verrückt. Wir haben ihn natürlich von kreuzers.eu, da steht alles wichtiger, da ist noch handschriftlich, sind da noch Sachen draufgeschrieben. Ist das nicht der Shit? So soll's nachher aussehen. Feinschmecker-Shit vom Feinsten. Wäre echt belastend, wenn das nicht schmeckt. Kartoffeln in kochendem Salzwasser in ca. 25 Minuten garen. Wo ist das Salz? Dieses Wasser wird gesalzt. Dann packen wir da rein zwei Kartoffeln. Der geht drauf. Okay, wir brauchen einen größeren Topf. Ansonsten wird sich gleich wieder gesaut. Limette heiß waschen und abtropfen. Aua! Heiß! Aua! 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 Heiß! Aua! 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 Ja, Saft auspressen, da brauche ich wieder meine 30 Kilo Saftpresse. Und ihr habt es natürlich richtigerweise gesagt. Warum stellt sie da kein Glas zwischen? Die Idee ist vielleicht gar nicht mal so falsch. Oh, der verkehrt, Alter. Komm schon. Alter, das ist hier nix. Das ist hier die trockenste Millimelle der Welt. Wie sie früher. Komm schon, Saft. Nicht tropfen, sprießen. Ja, ich fand es halt auch ganz spannend. Der Hund ist innerlich heute nicht so ganz auf der Höhe. Aber wir haben schon nach 18 Uhr. Ja, schon nach 18 Uhr. Ein halber Esslöffel Schlagsahne. So, und da ich keine Sahne habe, weil Sahne einfach Schmutz ist und Creme Fraiche eigentlich das Gleiche ist. Für einen Esslöffel Sahne ist das so, das schmeckst du sonst nicht. Naja, ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt noch eine Limette da reinballere. Ach komm, wir machen da einfach noch einen Scheiß auf Angst. Und die auch noch da rein. Das wird einfach geil. Aber jetzt nicht den Geschmack versauen. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Und wie viel Gramm Creme Fraiche? 60 Gramm. Okay, wir brauchen noch... Aber hey, ich habe jetzt genau 60 getroffen. Ich habe da so ein bisschen so als Mittagabendessen oder so eingeplant. Und inzwischen mal, wie heißt denn das Essen zwischen Mittag und Abendessen? Normalerweise sagst du ja Breakfast und Lunch ist Brunch. Also müsste es sein, Lula. Ja, schmeckt die denn? Mh. Und Spaß, es riecht wie Kuchenfüllung. Wunderbar feine Limettencreme. Schritt lang abbrausen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. So, wir schütteln. Oh ja. Als hätte ich so viele Röllchen nachverbraucht. Da steht aber ein ganzes Bund. Ja, und was ist denn wieder ein Bund für eine Einheit? Und was ist denn hier passiert? Ach du Kacke. Wir haben den Schnittlauch mit verschweißt hier, weil die nicht richtig drin waren. Weiß gar nicht, darf man solche Gewürze eigentlich überhaupt tief vorfrieren? Du bist Kacke. Du raus, raus, raus. Du bist eine Runde weiter. Oh, du wolltest dich durchschmuggeln. Nee, du bist raus. Kartoffeln abgießen und noch warm pellen. Kartoffeln und Butter in einer Schüssel mit einer Gabel fein zerdrücken. Die Schnittröllchen unterschieben. Abgießen. Ja, zick doch die Hände, Alter. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass ich eigentlich gerade dem Hund was zu essen geben wollte. Das Ding war leer, das musste ich nachfüllen. Aber das Loch, was da drin war, das war irgendwie... nicht ganz so gut. Ich habe jetzt hier überall Hundefutter rumliegen. Ja, das vom Brot hast du schon weggefressen, ne? Ja, ha. Was ist das heiß? Mein Finger! Schau mal, raus da! Wie macht ihr das beim Pellen? Die sind jetzt scheiße heiß. Ich habe da immer den Trick beigemacht, so, dass ich die in eiskaltes Wasser lege. Und jetzt kann ich so vielleicht anfangen zu schälen, die Kleinen. Das ist einfach viel zu heiß. Das ist... Oh! Können die jetzt mal aufhören, heiß zu sein? Definitiv einer, lieber nur, ob ich mich entschieden habe, kraftvoll mit Schade zu essen. Das sind wahrscheinlich mehr als 25 Gramm, wenn man mal ehrlich ist. Je mehr Butter, desto feiner das Essen, habe ich mal gehört. Die sind ja... Nein, nein, schon da bleiben. Ich hätte eine größere Schüssel nehmen sollen. Dann muss ich jetzt mit einem Messer zerdrücken. Ach, Quatsch, mit einem Messer, mit einer Gabel zerdrücken. Wo ist denn da der Sinn? Ich habe einen Kartoffelstampfer. Eigentlich habe ich einen Kartoffelstampfer für so weit. Oh shit, der Schnittlauch kommt ja später dazu, ne? Oh, damit ich den nicht zerdrücken mit der Gabel. Damn, son. Wenn man jetzt mal Milch dazu tun würde, hätten wir Kartoffelpüree, ne? Schnittlauch untermischen. Das alles... Lauf, es will mir sein, gar kein Schnittlauch. Schnittlauch, das war ganz anderes. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich nehme stattdessen ein paar Kräuter, der Promos noch. Vier Portionsringe, in unserem Fall zwei, auf eine Platte setzen, die Masse hineinfüllen und etwas andrücken. Den Kaviar gleichmäßig darauf verteilen. Die Limettencreme als Spiegel auf Teller verteilen, die ein Törtchen draus setzen. Als Spiegel auf Teller verteilen. Was sind denn Spiegel? Als Spiegel... Kochtechnik. Spiegel ist eine Form des Anrichtens, die der Soße kreisförmig auf einen Teller... Oh! Die meinen das, wenn man da so drauf wichst. Vier Portionsringe. Ah, vier Zentimeter Durchmesser. Hat zum fixen Portionsringen. Ach so, oh mein Gott, Portionsring... Portionsringe sind Utensilien, das ist so wie Förmchen. Ich habe keine Portionsringe, aber ich habe eine Idee. Ich habe noch keine Idee. Komm doch wieder. Ich könnte eine Dose nehmen. Da hat der Mais jetzt mal eben Pech gehabt, dann müssen wir den Mais irgendwann mal jetzt die Tage essen. Da ist ja immer so ein scharfer Rand dann. Deshalb schneide ich jetzt den Deckel einmal ab. Zack. Ach du Kacke. Okay, das war vielleicht... Oh mein Gott, das ist bestimmt ultrascharf. Oh mein Gott, und da guckt Metall... Alter, das ist voll gesplittert. Okay, ganz vorsichtig. Kinder nicht nachmachen. Das ist super... Das ist super gefährlich. So, ich habe kein Portionsringe. Euer Backförmchen. Der ist doch schon mal nicht schlecht. Den Mond. Und eine Glocke. Und eine Katze. Ich will das schnell für eine Katastrophe heute. Pass auf. Ja, warte mal. Kann ich das nicht viel besser... Ja, guck mal. Ein Glöckchen. Da haben wir ein Kätzchen. Ist das nicht geil? Ich habe leider echt keinen Portionsringe gefunden. Ich habe auch keinen... Frau Eierohr ist gerade leider unterwegs. Alter, Eierohr, verpiss dich mal. Pop. Unten so andrücken, ne? Okay, wir machen jetzt erst mal Kaviar auf. Ich habe gar keine Ahnung, wie das da drin aussieht. Es ist nicht allzu viel Kaviar. 50 Gramm Kaviar. Aquakultur Österreich. Leute, das kommt wirklich aus Österreich. Hä? Wir haben doch gar kein Meer da. Heute doch kein Kaviar. Wie geht das Ding auf? Ich sehe gleich den ganzen Kaviar auf dem Boden verteilt. Da passiert nichts. Alter, das ist... Einfach aufdrehen? Nee. Einfach abziehen? Nee. Das endet sofort wieder in Kreischerei, oder? Also meiner Kreischerei vor allen Dingen. Muss man das irgendwie drücken? Damit da Luft reinkommt, oder? Kommt hier nicht rein. Ich habe keinen Schlitzschraubenzieher verfickte Scheiße. Ich werde das jetzt nicht im Messer anziehen. Kaviar Dose öffnen. Ein Metalldosenöffner wurde speziell entwickelt, um das Öffnen ihrer Vakuum versiegelten Kaviar Dosen zu erleichtern. Ja, weißt du, was habe ich nicht? Ich muss drehen? Gott, wie geht's auf? Ja, da kommt die ganze Zeit dieser klebrige Saft raus, weil ich dachte, da ist einfach... Fuck, jetzt kommt doch auch hier. Okay, während ich beim Rewe-Mann war, hat meine Freundin einfach den Trick rausgefunden. Und es ist aufgemacht. Und es ist kein Drehverschluss, sondern es war halt einfach der Unterdruck und keine Ahnung. Löffel reinstecken und drehen mit sehr viel Gewalt, sodass sich das löst. Ja, lach mich ruhig aus. Dafür bin ich an die Tür gegangen, weil du Angst hast, um die Tür zu gehen. Der ist hier der Mann im Haus. Oh, Alter, es ist offen. Legt mich am Arsch. Ja. Mmmh. Däuser. Riecht ernsthaft, legend, nach nichts. Wie schmeckst du? Ganz ehrlich, egal, wie viel Geld ich in meinem Leben immer verdienen werde. Für so eine Scheiße will ich eigentlich keinen ausgeben. Alter, das ist halt. Das wird hart, das zu essen. Ich habe aber eine Idee. Ich nehme euch mal mit. Guck mal, wen wir hier haben. Die Krebse sind wieder da. Guck mal da, da sitzt auch einer direkt. Hallo Frank. Ich habe euch was leckeres mitgebracht. Da, ist Jürgen. Hallo. Jürgen. Jetzt gibt es geilen Kaviar. Mmmh. Gönnt euch. Aus wie hingekackt. Aber ich werde da mal überprüfen, ob ich die nochmal finde, ob sie da dran sitzen oder nicht. Ich habe ja auch ein Aquarium. Da legen die Fische ja auch gerne mal Eier hin und wieder. Und da musst du auch ganz schön suchen, um an der Wand zu kommen. Die finden immer die ganzen Kaviarien. Oder schneiden die die aus den Fischen raus. Fässereien, Eier raus. Geht das? Komm, 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 komm. Ja, es hat geklappt. Schaut euch an, wie gut es geworden ist. So, da drum kringeln. Ich meine, dass ich irgendwie so... Lecker wird, Törtchen. Nehmen sie auf? Ja. Et voilà. Da ist mein Kartoffeltörtchen mit Kaviar als Lanner. Hm. Ich schmecke die Elementencreme. Salzig und schleimig. Hätte ich die direkt aus dem Kühlschrank nehmen sollen? Die lagen jetzt bestimmt eine halbe Stunde da so warm. Aber ist nicht schlimm, oder? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ich schmecke den Kaviar nicht. Wofür gibt es denn da 60 Euro, außer mit ihr nicht schmeckt? Man schmeckt zu wenig von dem Kaviar. Doch. Uh. Jetzt. Ich schmecke den Kaviar nicht. Wir machen einfach nur Kaviar. Ja doch. Ist leicht salzig, aber wirklich nur ganz leicht. Hat irgendwie so einen nussigen Geschmack oder sowas. Ölig? Ne, ölig. Genau, so wie Nussöl. Also schmeckst nicht mal an die Kügel... Also merkst nicht mal an die Kügelchen. Das ist sehr erfrischend. Mit dem Schnittlauch auch. Aber den Kaviar, den brauche ich dann nicht unbedingt zu. Oh, Frau Eier, du bist gerade zurückgekommen. Willst du probieren? Ich bin gerade am probieren. Ja, willst du hier mit probieren? Warte, 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 warte. Warte, ja, wo drauf denn? Ja, dass ich komme. Ja, und dann? Machen wir zusammen Peas mit Koch. Ja, wir wollen zusammen Peas mit Koch machen? Ja, hast du eben gefragt. Das tut mir leid, Chat. Dafür bei der nächsten Woche vielleicht. Aber jetzt darfst du nochmal probieren. Aber ich will ohne Kaviar. So, probier mal ruhig mit Kaviar. Und wie schmeckt das? Ja, du hast jetzt einfach runtergeschluckt. Du hast jetzt einfach runtergeschluckt? Du musst doch mal, du musst es genießen. Das ist eine andere Kaviar, wer ist der, den wir sonst haben, oder? Lecker. Aber ich schmecke auch. Also, hätte ich mir jetzt im Restaurant das bestellt, dann kostet das Gericht ja locker 25 Euro. Da wäre ich ein bisschen enttäuscht von. Also, die Kartoffeln sind lecker. Komm, jetzt hier nochmal eine Portion. Okay, also ich gebe dem Ganzen eine 3 von 10. Haben wir das mal gemacht? Krieg eine 1 von 10. Ne, ne, guck mal, ein Kurkuma-Klöße war das Schlimme, das Schlimmste. Krieg eine 2 von 10. 7 von 10. 6 von 10 kriegst du ja eins. Eine 7,5 von 10 Zappiös gebe ich dem Ganzen. Solltet ihr das nachkochen, nehmt nicht so viel Limette. Die Limette hat alles überdeckt, also das meiste überdeckt. Aber falls ihr das auch nachkauen wollt, ne, kreuzers.de, super Seite, wo ihr euch das holen könnt. Auf alle Produkte kriegt ihr einen ordentlichen Rabatt. Wenn ihr den Prime Code Pilsmeat benutzt, dadurch gibt es nämlich die 24-monatige Prime-Mitgliedschaft komplett umsonst, die die eigentlich für 100 Euro verkaufen. Vergesst nicht unser Merch bei uns im Store. Und, äh, scheiße, ich hab ja... Obwohl du mich dran erinnern, hast du schon wieder die Schürze vergessen, das kann ja nie wahr sein. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Das ist Schmutz. Und wenn ihr Schmutz nachkochen wollt, uns das Rezept. Wir sehen uns nächste Woche Darmastag wieder. Haut rein. Tschüss. Scheint Kaviar zu mögen. Das, was du gerade isst, ist teurer als du.